Spannende Bilder hier beim Stairdown. Fabrice guckt nicht mal hoch. Seconds out, Betreuer aus dem Ringen. Seconds out, please. Ich freue mich sehr drauf, das hier nochmal zu sehen. Und das war Nassim und ein kurzer Applaus. Das war sein guter Applaus. Runde 1. Jetzt geht's los. Da sieht man schon gleich bei den ersten Schlägen, die beiden Jungs sind richtig drin. Nassrad kommt jetzt wieder nach vorne. Ganz hartes Gefecht, ganz schön mit. Beide Kämpfer hier. Oh, Beinwechsel, Highkick von Nassrad mit links. Nassrad mischt hier sehr schön die Höhen, greift oben an, tritt unten und wechselt an. Fabrice mit einer schönen Rechten, die feuert da richtig lang raus. Das ist ein ganzes Feuerwerk hier. Das ist fantastisch. Oh, da hat er ihn, der warst der Rechte. Harte Rechte, K.O. Unglaublich. Eine Rechte und er hat ihn. Sah nicht so aus. Aber er hat's gemacht. Was für ein Kampf, was für ein Gegner. Und er haut den K.O. Also es war auch... Mann hat er auch gedreht. Wir haben ein Urteil. Wir haben ein Referee-Stopping nach 53 Sekunden in der ersten Runde. Und den K.O. Und der Sieg geht an Nassrad Akwarast. Und der Sieg geht an Nassrad Akwarast. Bis zum nächsten Mal.